Hallihallo und zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir ja das Dorf da hinten entdeckt und haben hier ein Schweinebaby gemacht. Hallo Schwein! Kommst du mit? Ja, brav. Kommst du mit? Zwei? What the fuck? Genau, hier hauen wir die Schweine rein. Oh, Sand. So, äh, Quatsch, ja. So, Bretter, Chuck, das sind 38 und 64. Dann machen wir uns mal direkt ein Craftsing-Table. So. Den hauen wir dann. Hallo? Hallo? Hier rein. Und machen uns ausnahmsweise mal, das geht ja sonst nicht, eine Holzpick. Gags. So. So. Hm, hm. So. 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 Ich werde heute auch noch ein Kreativ-Special aufnehmen. Da werde ich so ein... Oh, hey. Bleibt sie wohl hier? Da werde ich so ein bisschen im Kreativ-Modus rumbasteln. Ja, das reicht. Genau. So. Und... Achso, Stickies haben wir schon. So. So, ich denke, das könnte reichen. 11. Ja, dann machen wir so. Zack. Oh, meine... Reicht nicht mehr ganz. Und ein Zaun-Door. So. So. So, habe ich jetzt alles drin. Hallo. Hallo. So, wo habe ich jetzt die Steintreppen hin? Hey. Du Wurstkind. Hey. Das sieht so... Alter, gehst du runter von meinem Crafting-Table? Das kleine Kind, das kleine da, sieht so bescheuert aus. So. Hallo. Die Maus geht irgendwie nicht. So, und jetzt sind die Schweine hier drin. Und sie können sich leider nicht vermehren, deshalb holen wir jetzt einen Papa. Wie bitte? Wow. Shit. Alter. Beinahe. Zum Glück habe ich ihn gehört. Komm. Put, 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 put. Zweien. So. Kommt. So. Mist. Dann brauche ich wohl... Nein. So, ich brauche noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Sind da Schweine? Oh ja, da sind viele Schweine. Ich logg die ganz... Ich logg die alle an. Kommt. Hier. Ich hab... Ich hab Karotten. Willst du Gummibärchen? Ja, komm, dich ab. Kommibärchen. Put, put, put. Ist du Schwein? Siehst du das denn etwa nicht? Egal, die hol ich nachher. So, wo war das jetzt nochmal? Hier. Hier. Wo ist dein Freund? Ach, der ist dabei. Ja, genau. So, wen lassen wir jetzt knallen? Hey, du kommst hier auch noch rein. Ja, komm. Klopp und wir haben noch ein Baby. Ah, nein, jetzt hab ich mein... Mist. Ich hab mir ne Karotte verprödelt. Zack, 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 zack. Komm. Du bummst jetzt mit dem anderen. Der ist da hinten. Komm, ich will jetzt, dass ihr ein Baby kriegt. Ja, so ist brav. Schön den Arsch. Und jetzt kommt ihr mit. Hey, Mutter, Vater. Kommt. Okay, wenn der Vater nicht will. Der Sack lässt seine Familie zurück. Du, ein Rabenvater. Warum füllen die hier nicht mehr raus? Das sieht doch gut aus. Hier haben wir unsere Schweinefarm. Ähm, das müssen wir uns irgendwie markieren. Ich denke, wir sollten uns auch hier in der Nähe unser Haus bauen. Und der Mond geht unter. Die Sonne geht auf. Das heißt, es wird Zeit für den Hausbau. Oder sollten wir uns weiter um unsere Schweine kümmern? So. Jetzt hab ich aber nur einen Crafting-Tabon. Und der steht da hinten. Wurst. So, wir haben doch sicher noch Holz. So, das kommt hier rein. Die Karotten kommen hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt... Ne, das behalten wir erst mal. Hm. So. Tschip, tschip, tschip. So, ich geh jetzt noch mal ganz kurz in das Dorf. So, ein Moment nur kurz. Acht Minuten 18. So, zum Spiel. Hm. Oh. Eine Höhle. Und hier ist Ende. Der Ausbaustrecke. Aber da hinten nicht. Oh. Das ist so eine Verdöle. Warte. Kann ich das denn jetzt abbauen? Eigentlich oder nicht? Ne, kann ich nicht. So, die Stelle müssen wir uns merken. Da kommen wir nachher nochmal her. Und nehmen wir uns das ganze schöne Eisen mit. Das ist nämlich eigentlich recht viel. Was ich hier gesehen habe. Insgesamt. So, dann gehen wir wieder. Zurück zu unserer Schweinefarm. Tschuck. Hier. Ne. Hä? Ach da. Das muss ich mir irgendwie markieren. Stimmt. Wieso speichert der die Waypoints nicht? Das ist ja total dumm. Alter. Schweinefarm. Ok. Exit Menü. Okay. Gut. Bis dann. Tschö. 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 Vielen Dank.